ok jetzt super partbuilder, toolstation, plattern chest, stencil table dann gab es noch was was noch etwas mehr war crafting station ja das war diese crafting station gut zum crafting table machte man die einfach gut das kann ich ja schnell machen wenn das so einfach geht ja perfekt das kommt dann da hinten dran und jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht denn ja hm ehh puh das habe ich jetzt crafting station toolstations sdx äh rapier und so geil wooden dagger und shizzle slime nein nein ok dann gucke ich mal was das mit der kurzen sword blade funktioniert so das mit dem crafting muss ich mir nochmal angucken aber das funktioniert auf jeden fall gut das erste achievement bekommen weil ich ja geupdatet habe weil ich ja geupdatet habe ist ja schon super ein diamanten eine habe ich noch glowstone bringt glowstone irgendwas was kann ich mal einfach ausprobieren nein gut auf jeden fall bringt ein diamant was puh und quats bringt auch was einfach ja 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 Ich mach das anders. Es ist mir zu laut. So geht's schneller. Ich hoffe, dass es klappt. Ja. Schön. So. Fehlen auch zwei. So. Oh. Von 144. Ach, jetzt passt da nichts mehr drauf. Gut. Dann mach ich das aber auch komplett. So, das heißt jetzt, fünf Herzen Schaden. Das ist schon heftig. Fünf Herzen. Jetzt brauch ich allerdings einen Diamanten und einen Block of Gold, um das wieder... was draufzupacken. Muss man halt machen. Ist dumm gelaufen. Diamanten und einen Block of Gold. So. Und jetzt... Die können das auch mal vertragen. Die hat aber auch noch einen. Gut. Schön. Was ist die Schaufel? Die Schaufel hat auch noch was. Ja. Ja. Dann einmal... Ah ja, ich wollte mal nach meinem... Gras draußen gucken. Das ist ja schon ansehnlich gewachsen. Ja, und ich habe genügend für... Ich hoffe... meinen... Chunk Loader. Das wäre nämlich schon ziemlich geil jetzt. Denn... Man musste das so machen. Genau. Boah, die Musik ist gerade etwas laut, finde ich. Also für mich in meinen Ohren. So. So. Ein Buch. Jetzt brauchte ich... Ähm... Zwei Diamanten und ein bisschen Obsidian. Obsidian habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Doch, habe ich noch. Cool. Und zwei Diamanten. Och. Ich muss dringend wieder meine Turtle aufstellen. Wird mal wieder Zeit. So. Und jetzt muss noch... Äh... Ach ja, scheiße. Wie konnte ich das nochmal aufheben? Ah, jetzt. Nein. Äh... Dann kann du einfach auch da drauf gehen. Nein. Ich meine nicht da unten, sondern hier drauf. Genau. Auti-Champen-Table. Knowledge-Base. Chunk Loader. Ach, da fehlt mir ja auch die Ender-Perle. Hm. Shit. Äh... Shit, 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 shit. Egal, ähm... Oh, es ist gerade super zart. Die Zeit. Als erstes, äh... Warte mal. Hat der Chappen-Table vielleicht so ein Autocraft schon drauf? Nein. Gut, das ist ein ganz normaler. Ähm... So, dann gehen wir mal nach oben und bauen uns die Electronic Circuits. Und die... Boah, tut mir leid, aber... So, da sind bin ich wieder. Ich höre mir wirklich an, als wäre ich nicht ins Bett gegangen. Sozusagen. So. Entschuldigung, aber wie wird nochmal RE-Batterie gemacht? Ja. Ich glaube, ich müsste Bett... Nein. Da. Äh... Tin-Chasing und... Ich brauche also... Ähm... Drei RE-Batteries. Drei RE-Batteries. Drei. Drei. Gut. Das bedeutet sechs davon... Äh... So, und... Da ist der eine Hammer. Und... Da sind die nächsten. Wieso mache ich das so? So. Oh, hier haben wir noch jede Menge davon. So, dann... Da oben ist noch ein kupfernes Zinn-Kabel, was auch nicht schlecht ist. Haben wir hier... Ja, wir haben hier noch ordentlich was drin. Das ist super. Äh... Wir brauchen drei kupferne Zinn-Kabel. Zinn-Platt... Dann... Scheiße. Das war jetzt... Richtig genial. Was ich hier mal wieder gemacht habe. Äh... Zack. So. Immerhin haben wir das. Und jetzt fehlt noch der Electronic Circuit. Und jetzt fehlt noch der Electronic Circuit. mit